Kapitel 1 Frankfurt Klirr! Das Porzellan schlägt auf der Straße auf und geht in Stücke. Bravo! Rufen die Leute da unten und klatschen. Weiter so! Ich nehme die letzten zwei Tassen und gehe wieder ans Fenster. Klirr! Hurra! Rufen die Leute. Aber jetzt habe ich nichts mehr. Ich laufe in die Küche und hole noch Teller und Tassen. Aber meine Mutter sieht mich. Johann, was machst du da? Klirr! Das Porzellan macht! Klirr! erkläre ich ihr und laufe wieder ans Fenster. Wie bitte? Sie läuft mir nach. Schon fliegt wieder ein Teller aus dem Fenster. Klirr! Aber jetzt nimmt mich meine Mutter am Arm. Johann, das darfst du nie wieder tun. Die Leute auf der Straße sehen uns und gehen weg. Ich muss in mein Zimmer. Wie alt bin ich da? Vielleicht drei? Und warum weiß ich das alles noch? Ich weiß es gar nicht. Man hat es mir erzählt. Und später? Was weiß ich selbst und was habe ich nur gehört? Ich sitze in meinem Zimmer. Meine Schwester sitzt auch schon da. Wir warten auf meinen Vater. Das ist unsere Schule. Wir lernen zu Hause. Bei meinem Vater lernen wir lesen, schreiben und ich auch ein bisschen Latein. Die Stadtschule, das ist nichts für uns, sagt mein Vater. Meine Schwester lernt Italienisch. Da höre ich gerne zu. Mein Vater ist Advokat. Ich werde auch Advokat. Das ist gar keine Frage. Aber mein Vater ist auch in Italien gewesen. Davon erzählt er oft. Von den Menschen dort, aber vor allem von Bildern, Skulpturen und Gebäuden. Er schreibt ein Buch über seine Reise. Auf Italienisch. Jede Woche kommt ein Maestro und korrigiert alles. Nach dem Studium fährst du auch nach Italien. Das muss man gesehen haben, sagt mein Vater immer wieder zu mir. Und Cornelia, ich will nicht ohne meine Schwester wegfahren. Das ist doch nichts für Mädchen. Das ist schade. Ich habe viel Spaß mit meiner Schwester. Unsere Großmutter hat uns ein Puppentheater geschenkt. Wir spielen jeden Tag. Oft auch für die anderen Kinder. Erst spielen wir klassische Stücke, wie den Faust. Dann schreiben wir unsere Stücke selbst. Am Ende lassen wir uns Kostüme machen und spielen selber. Da brauchen wir aber die anderen Kinder und es gibt oft Streit. Aber das Theater bleibt das, was uns am besten gefällt. Vater, ich werde kein Advokat. Ich werde Schauspieler. Mein Vater lacht nur. Meine Großmutter stirbt. Mein Vater will unser Haus umbauen. Ein großes, modernes Haus soll es werden. Wir bleiben dort wohnen und sehen den Arbeitern zu. Ein Stockwerk nach dem anderen. Aber dann wird es doch zu kompliziert und wir müssen zu meiner Tante. Jetzt hat mein Vater keine Zeit mehr für uns und wir gehen in die Stadtschule. Die Kinder dort mögen uns nicht. Mein Großvater ist Schulteis von Frankfurt. Unsere Familie hat Geld. Hier in der Stadtschule sind viele arm und schmutzig. Wir lernen auch nicht viel in diesen großen Klassen. Aber ich laufe jetzt mit den anderen Jungen viel in der Stadt herum. Es gibt viel zu sehen. Frankfurt ist eine alte Stadt. Manchmal darf ich auch in den Kaisersaal. Dort wird der deutsche Kaiser gekrönt. Der spielt keine große politische Rolle mehr. Aber die Zeremonie sehen sich doch alle gern an. Einmal bin ich auch dabei. Josef der Zweite. Aber da bin ich schon 16. Es gibt viele Fremde in Frankfurt. Italiener, Franzosen, Engländer. Wir haben oft viel Spaß. Aber dann gibt es wieder Streit und manchmal Schläge. Ich weiß noch. Einmal. Wir laufen über die Brücke. Ich bin der Schnellste. An einer Mauer bleibe ich stehen. Da kommen die anderen. Erster rufe ich und lache. Die anderen lachen nicht. Jetzt stehen sie vor mir. Du willst ja immer der Erste sein. Sagt jetzt einer von ihnen. Na klar. Ein Zweiter. Der hält sich für was Besseres. Sagt er zu den anderen. Sein Großvater ist ja auch schultheiß, wenn er nur dein Großvater ist. Jetzt lacht der Böse. Ich verstehe ihn nicht. Was willst du damit sagen? Nun, antwortet er. Dein Großvater war arm und deine Großmutter reich. Warum hat sie ihn zum Mann genommen? Sie musste. Sie bekam ein Kind von einem Adeligen. Das weiß doch jeder in der Stadt. Ein Bastard bist du. So wie deine Mutter. Jetzt rufen alle zusammen. Bastard! Bastard! Es ist klar. Sie wollen sich mit mir schlagen. Fünf gegen einen. Aber ich bleibe ruhig. Die anderen sind oft böse. Das weiß ich schon. Man muss Distanz halten. Ruhig bleiben. Manchmal schlagen die anderen mich. Ich versuche nicht zu reagieren. Aber manchmal schlage ich dann doch zurück. Das ist nicht sehr christlich. Und mein Vater sagt, So etwas tut man nicht. Aber der braucht ja auch nicht in die Stadtschule zu gehen. Was die anderen sagen, das interessiert mich nicht. Mein Großvater, meine Tante, die anderen Jungen auf der Straße, mein Vater, ich bin ich. Und christlich will ich auch nicht sein. Oder doch? Ich weiß nicht. Seit 1755 bin ich mir da nicht so sicher. Beim Erdbeben in Lissabon gab es mehr als 50.000 Tote. Hat Gott das gewollt? Und warum? Und wenn nicht, dann gibt es keinen Gott? Da halte ich mich an meine Bücher. Marc Aurel lese ich gern. Und der erklärt uns, wie wir leben sollen. Distanz halten. Ruhig bleiben. Aber war mein wirklicher Großvater also ein Adliger? Ich sehe mir die Porträts von Adligen der Zeit an und suche. Finde ich etwas von mir an ihm? Die Nase? Die Augen? Seltsames Spiel. Will ich nicht der sein, der ich bin? Französische Soldaten kommen in die Stadt. Ein Offizier wohnt bei uns. Ich lerne Französisch. Ich lese die Klassiker der französischen Literatur. Die Soldaten haben ein Theater. Jeden Abend bin ich da. Hast du nichts Besseres zu tun? fragt mein Vater. Ich soll doch Advokat werden. Jetzt gibt es endlich auch deutsche Literatur. Klopstock. Meine Mutter, meine Schwester und ich lesen seine Oden immer wieder. Nur mein Vater mag ihn nicht. Kapitel 2 Leipzig Ich soll auf die Universität gehen. Ich will nach Göttingen. Mein Vater will nichts davon wissen. Du gehst nach Leipzig und studierst Jura. Er kennt dort einen Professor. Zu dem soll ich gehen. Leipzig Da lebt Gellert, der Schriftsteller. Und er unterrichtet an der Universität. Historiker gibt es dort auch. Allzu gut Leipzig. In dieser Stadt führt kein Gedanke zurück in alte Zeiten. Straßen und Häuser sind neu und praktisch. Was ich hier sehe, ist eine neue Epoche. Arbeit, Handel, Reichtum. Und wie elegant hier viele sind. Eine neue Welt. Ich finde schnell eine kleine Wohnung. Einen Brief meines Vaters in der Tasche gehe ich als erstes zu Professor Böhme. Ein kleiner, dicker, freundlicher Mann. Wir setzen uns in den Salon. Sie wollen also Jurist werden, junger Mann? Ja, mein Vater will das, aber ich? Nun? Ich interessiere mich für Geschichte und Literatur, wissen Sie? Und hier lebt auch Gellert. Der Professor ist aufgestanden. Was wollen Sie mit diesen Dingen anfangen? Geschichte und Literatur, das ist doch nichts für einen jungen Mann. Das bringt Sie nur durcheinander. Das kommt nicht in Frage. Sie studieren Jura. Oder ich muss Ihren Vater schreiben. Aber jetzt wird er freundlicher. Geschichte studieren Sie auch bei uns. Römische Institutionen, die klassischen Autoren. Die schöne Literatur von heute können Sie später immer noch lesen. hat er da nicht recht? Verwirrt gehe ich nach Hause. Ja, erst Jura, später die anderen Dinge. Für den Abend hat Professor Böhme mich eingeladen. Es kommen einige Persönlichkeiten unserer Stadt, hat er gesagt. Auch junge Damen. Ich ziehe mich elegant an. Zum Glück hat mein Vater alles für mich machen lassen. Er kauft alle fünf Jahre die besten Stoffe in Köln und in Holland. Daraus lässt er dann im Haus Jacken, Mäntel und Hemden machen. Pünktlich bin ich bei Professor Böhme. Man hört schon an der Haustür die Leute sprechen und lachen. Kleine Gruppen stehen dort im Salon. Am Buffet spricht mich eine junge Dame an. Ich habe Sie noch nie hier gesehen. Ja, ich bin neu in Leipzig. Ich studiere hier Jura, wissen Sie? Sie lacht. Ist das so lustig? Sie kommen aus Frankfurt. Das wissen Sie? Sie lacht weiter. Das kann man hören. Ja, ich verstehe. Meine Aussprache. Die Lehrer haben es mir oft gesagt. Das ist Frankfurterisch, sprich Hochdeutsch. aber mein Frankfurterisch ist so eine reiche Sprache und Hochdeutsch so kalt. Und jetzt die hier. Auf der Straße sprechen die Leute Dialekt, aber hier im Salon feinstes Hochdeutsch. Ja, die lacht ja immer noch. Und da hinten die Gruppe am Fenster? Warum sehen die mich an? Die lachen auch. Was ist an mir so komisch? Ich will nach Hause. Ich stelle mein Glas auf den Tisch und gehe zur Tür. Da nimmt mich die Frau des Professors am Arm. Nun seien sie nicht so. Das ist Leipzig. Die Residenzstadt Dresden ist nicht weit und wer hier studiert kommt oft aus bestem Hause. Da brauchen sie vielleicht ein bisschen Zeit. Sie kommen aus der Provinz. Kommen Sie, jetzt spielt Luise Klavier. Ich will noch etwas sagen. Frankfurt ist keine Provinz. Frankfurt ist eine internationale Handelsstadt. Aber da beginnt schon das Klavierspiel. Es ist sehr schön. Immer wieder sehe ich Gruppen von Leuten, die mich ansehen und lachen. Was haben sie nur? Dann spreche ich noch ein bisschen mit der Professorin über Musik und gehe nach Hause. Morgen kommen Sie mit uns ins Theater, sagt die Professorin noch. Eine Komödie zum Tod lachen. So ein großes Theater haben wir in Frankfurt nicht. Wir sitzen im Dunkeln. Der Vorhang geht auf. Da steht ein Mann. Er sagt Mein Name ist Grünsos, Professor Grünsos. Alle beginnen zu lachen. Ich lache nicht. Was ist an dem so komisch? Mittel groß, mager, normale Nase. Er trägt eine normale elegante Jacke. So wie ich auch. Ich sehe Frau Professor an. Sie erklärt es mir. Sehen Sie nicht diese Jacke, diese Hose, wie vor 30 Jahren. Typisch Provinzler. Am nächsten Morgen gehe ich zum Schneider. Ich lasse zwei Jacken, einen Mantel, drei Hosen machen und kaufe dann noch Strümpfe und Schuhe. So werde ich ein eleganter Leipziger Student. Nun, so geht es schon besser, sagt Frau Professor, als ich am nächsten Tag zu ihr gehe. Und jetzt noch die Manieren. Mein lieber junger Mann, ein bisschen Eleganz. Gehen Sie zurück zur Tür, ja, und jetzt kommen Sie zu mir, gerade halten, und jetzt einen Diener. Nehmen Sie meine Hand. Den Kuss nicht auf die Hand, Goethe. Sie bleiben über der Hand. So ist gut. Sehr schön. Dann lerne ich noch zwei komplizierte Kartenspiele. Das müssen Sie können. Aber sie kennt nicht nur Spiele. Sie hat auch viel gelesen. Und sie ist sehr kritisch. Am nächsten Nachmittag lese ich ihr Gedichte vor, die mir gut gefallen. Es sind auch zwei Gedichte von mir dabei. Das sage ich natürlich nicht. Oh nein, Goethe, hören Sie auf! Diese Äonen und Pernen und Thermopylen! Wer soll denn das lesen? Das ist ja schrecklich! Dann liest sie mir englische Gedichte vor. Hier kann ich etwas lernen. Ein Mann wird durch ein Wort der Frauen weit geführt. Wenigstens lerne ich, was ein Mann von Welt können muss. Was ich an der Universität lerne, lernen soll, ist todlangweilig. Dass Jura kein großer Spaß ist, das war mir schon klar. Aber auch Logik und Philosophie sind so trocken. Professor Gellert spricht über Literatur. Der Große Gellert. Er ist ein Pedant. Und über Klopstock, Lessing, Wieland, über alle unsere neuen Schriftsteller spricht er nie. Ich denke, er versteht sie nicht. Meine schriftlichen Arbeiten gefallen ihm auch nicht. Diese Unordnung, junger Mann. Zu viel Fantasie, zu viele Sprünge. Nach ein paar Monaten gehe ich nicht mehr zu den Kursen oder ich schlafe dort. Lieber gehe ich mit meinem Freund Schlosser ins Gasthaus. Mit ihm spreche ich über die neue Literatur. Es gibt so viel Interessantes im Moment. Der alte Stil ist weg. Alle suchen jetzt Kürze und Präzision. Lessing. Auch Wieland und Klopstock bessern sich und schreiben kürzere Arbeiten. Auch in der Medizin und in der Philosophie, in der Geschichte und in der Jurisprudenz gibt es viele neue Arbeiten. Die Sprache wird elastischer und einfacher. In einem Gasthaus verliebe ich mich auch. Käthchen ist die Tochter eines Wirtes. Sie ist so klar und frisch. Ich möchte immer mit ihr zusammen sein. Aber das geht natürlich nicht. Und dann werde ich eifersüchtig. Und ich mache ihr Szenen immer wieder. Ich bin oft schlecht gelaunt. Meine Arbeiten gelingen nicht. Was ich schreibe gefällt dem Professor nicht. Jura langweilt mich. Und Käthchen? Eines Tages bin ich wieder sehr böse. Sie hat einen anderen angelächelt. Da sagt sie leise zu mir. Johann, lass mich doch in Ruhe. Bitte. Ich versuche alles. Tage lang. Bin immer freundlich. Bringe ihr Blumen, kleine Geschenke. Es ist zu spät. Nein, Johann. Ich bleibe zu Hause und schreibe. Was soll ich sonst tun? Ein kleines Drama. Die Laune des Verliebten. Ich beginne wieder, mich für Kunst zu interessieren. Aus Frankreich kommen neue Dramen. Das Jurastudium, ja, das. Eines Nachts wache ich auf. Ein Schmerz. Ich huste. Was ist das? Ich das ist Blut. Der Arzt kommt. Er sieht mich an. Mehr weiß ich nicht mehr. Tage und Nächte liege ich zwischen Leben und Tod. Dann geht es langsam wieder besser. Aber ich muss noch im Bett bleiben. Viele Freunde kommen zu Besuch. Wir sprechen über Literatur, über Schönheit und über Gott. Im September 1768 fahre ich nach Frankfurt zurück. Das ist kein gutes Gefühl. Ich habe wenig und schlecht studiert. Literarisch habe ich nichts Gutes gearbeitet. Jetzt bin ich auch noch krank. Ich sehe nicht gut aus, glaube ich. Du brauchst erst einmal Ruhe, sagt meine Mutter. Man sieht, alle machen sich große Sorgen um mich. Monate später bin ich wieder gesund. Mein Vater sagt, ich soll in Straßburg studieren. Kapitel 3 Straßburg Hier soll ich also leben. Als erstes gehe ich zum Münster. So etwas habe ich noch nicht gesehen. Babylonisch Das ist der höchste Turm der Welt. Die Fenster, die Türen, der Turm, alles will hier nach oben, zu Gott, in den Himmel. Das ist die Gotik. Alle Welt spricht schlecht von der Gotik. Die ist dunkel, sagen sie. Die ist mittelalterlich. Warum verstehen die Leute nicht? Die Gotik will mit aller Kraft hinauf. Immer weiter, immer höher. Und so wie hier gibt es das nur bei uns im Norden. Ein Südländer baut so etwas nicht. Der lebt auf der Erde, glücklich und zufrieden. Die Gotik ist die Architektur des Nordens. Gotisch, das ist Deutsch. Und Straßburg? Das war einmal Deutsch. Bin ich hier zu Hause? Die meisten sprechen Französisch. Das ist gut für mich, denn so lerne ich die Sprache besser. Auch das Jurastudium nach französischem Modell gefällt mir gut. Nicht so viel Theorie wie in Deutschland. Mehr Praxis. Und die kenne ich schon von meinem Vater recht gut. Aber zu Hause fühle ich mich nur bei den Freunden. Und das sind alles Deutsche. Denn die Distanz zwischen Deutschen und Franzosen ist groß. Die Franzosen sagen, wir sind nicht elegant. Wir meinen, die Franzosen sind unnatürlich. Auch ihre Literatur ist alt und ohne Leben. Am Ende noch Voltaire und diese Leute. Sie beginnen kritisch und am Ende sind sie dogmatisch. Es gibt keinen Gott, sagen sie, und die Natur ist für sie nur ein kalter Mechanismus. Die Natur, das ist das Leben, ist die Schönheit, die Liebe, das sind wir. Wir lesen Shakespeare. Friedrich, mein bester Freund, bringt mir einen Roman von Goldsmiths, die Geschichte einer Pfarrers Familie. Den lesen wir zusammen. Das ist Natur, nicht Konvention, wie bei den Franzosen. Johann, sagt Friedrich eines Abends zu mir. Diese Familie hier, die kenne ich. Die leben nicht weit von hier, im Elsass. Oft bin ich nachmittags aus der Stadt heraus spaziert und habe mich an der schönen Elsässer Natur gefreut. Immer wieder hat Friedrich gesagt, wir müssen einen Ausflug machen. Das ganze Elsass ist wunderschön. Jetzt ist der Moment gekommen. Diese Familie muss ich kennenlernen. Am nächsten Morgen lassen wir uns Pferde geben und reiten aus der Stadt. Grün fliegt das Land an uns vorbei. Es riecht nach Blumen, nach Erde. Nach ein paar Stunden kommen wir nach Sesenheim. Ein armes Dorf und alt ist das Haus des Pfarrers. Ein Mädchen kommt an die Tür. Schlank und leicht mit langen blonden Zöpfen sieht sie uns mit blauen Augen an. Guten Abend kommen Sie herein. Das Abendbrot steht auf dem Tisch. In der Küche sitzen der Pfarrer und seine sieben Kinder. Er ist Witwer, das weiß ich schon. Die Älteste macht alles im Haus. Sie heißt Ottilie. Sie ist auch hübsch, aber sie lacht nicht viel. Ihre jüngere Schwester Friederike, die mit den Zöpfen, gefällt mir sofort. Wir bleiben über Nacht. Am nächsten Morgen gehen wir alle im Wald spazieren. Die anderen sind schon weiter. Ich stehe mit Friederike an einem See. Das ist mein Lieblingsplatz, sagt sie und sieht mich an. Hier kann ich stundenlang sitzen und lesen, sage ich. Vielleicht Klopstock? Den Namen habe ich schon mal gehört, sagt sie leise, aber gelesen habe ich noch nichts von ihm. Wissen Sie, ich lese nicht so viel, nur manchmal Romane, die vom Landleben erzählen. Ich setze mich lieber hier in die freie Natur und fühle dann. Gott? Ja, er ist hier so nah. Wir gehen weiter. Ich nehme sie an der Hand. Die anderen sehen uns so, Hand in Hand und sagen nichts. Wieder zu Hause in Straßburg gehe ich zu meinen Freunden. Was ist passiert, Goethe? Sie lächeln ja so glücklich heute. Ja, ich habe mich verliebt. Ich soll ihnen alles erzählen. Später sage ich und laufe nach Hause. Ich schreibe ihr, liebe neue Freundin, so darf es sie doch nennen, denn wenn ich nur ein klein wenig von Augen verstehe, so fand mein Auge die Hoffnung in ihrem Auge. Mögen sie mich nicht auch ein bisschen? Mich, der sie so lieb hat? Ein paar Tage später bin ich wieder bei ihr. Ich bleibe nicht so lange. Ich muss am nächsten Tag wieder Vorlesungen besuchen. Wir gehen im Garten spazieren. Bei den Rosen bleiben wir stehen. Ich will eine für sie brechen. Nein, Herr Goethe, tun sie das nicht, sagt sie. Ihr Mund ist zu nah an meinem. Du denkst an das Rosenleben, willst die Rosen leben sehen, sage ich, und gebe ihr einen Kuss. Sie wird rot. Ich halte sie an der Hand und spreche weiter. Kannst noch einen Kuss mir geben, will nicht allein durchs Leben gehen. Herr Goethe, Sie sind ja ein Dichter? Nein, Friederike, ich habe es versucht, ich habe zu wenig Talent. Ich werde Advokat. Werte ich das? Aber Sie sind meine Muse, die Liebe. Ich spreche nicht weiter. Sie sieht mir in die Augen. Ja, die Liebe. Wieder in Straßburg treffe ich Friedrich. Ich muss es ihm sagen. Sie liebt mich. Ich wusste es ja. Ich habe es in ihren Augen gelesen. Aber heute, ach Friedrich, wie kann das Leben schön sein? Abends sitze ich jetzt immer in meinem Zimmer und schreibe an Friederike Briefe und Gedichte. Wenn ich am schönsten wird es im Frühling. Gute junge Frühlingsgötter tanzen. Jeder Tag in diesem schönen Land ist himmlisch. Wir leben nur dem Augenblick. Dieser Himmel, diese Erde, die warmen Abende und Nächte mit der Geliebten. Und jeden Morgen leuchtet alles im Sonnenlicht. Ich schreibe mein Mai-Lied. Oh Mädchen, Mädchen, wie lieb ich dich, wie blickt dein Auge, wie liebst du mich. Und doch, es gibt da Tage, da denke ich, das ist die Liebe. Ja, und jetzt? Die Träume deiner Kindheit, ist es nicht das, von dem du geträumt hast? Und doch bin ich nicht glücklicher als sonst? Aber das sind nur Momente. Ich muss auch an mein Studium denken. Ich denke, ich bin jetzt soweit. Friedrich sagt, ich soll einfach ein paar Thesen aufschreiben und die mit den Professoren diskutieren. Das machen hier alle so. Aber das kann ich nicht machen. Eine richtige Doktorarbeit, will mein Vater. Ein richtiges Buch von seinem Sohn. Warum auch nicht? Ich habe viel gelernt. Ich setze mich an meinen Tisch und schreibe. Über Religion und Staat. Das ist ein interessantes Thema. Nach Sessenheim komme ich in diesen Wochen nicht. Dann bin ich fertig. Aber mein Professor sagt mir, diese Arbeit ist sehr gut. Aber wir können sie nicht annehmen. Sie schreiben da, der Staat soll die Kirche kontrollieren. Das gibt Ärger. Lassen wir das mit der Doktor Arbeit. Diskutieren Sie einfach ein paar Thesen, Herr Goethe. Auch gut. Endlich ist alles zu Ende. Schnell aufs Pferd und hinaus zu Friederike. Das ist mein erster Gedanke. Auf dem Weg kommen mir dann aber auch andere Gedanken. Ich muss zurück nach Frankfurt zu meiner Familie. Meine Zeit in Straßburg ist zu Ende. Und Friederike? Soll ich sie heiraten? Ich bin doch noch viel zu jung. Liebe ich sie noch? Ist es mit diesem Mädchen vom Lande nicht manchmal ein bisschen langweilig? Aber ich denke nicht weiter nach. Heute ist ein Festtag. Ich bin Doktor. Friederike umarmt mich. Ottilie, Frederikes große Schwester, hält mich am Arm. Die arme Friederike, sie denkt nicht daran, dass sie bald weg sind und nie wieder kommen, sagt sie zu mir. Warum sagen sie das? Sie sind ein junger Mann. Sie haben ihr Studium beendet. Sie gehen weiter und wir bleiben hier. So ist das, Herr Doktor. Seien Sie nicht zu hart zu meiner kleinen Schwester. Ich antworte nicht. Sie hat recht. Das weiß ich auch. Aber ich will nicht daran denken. So eine Jugendliebe ist wie eine Bombe in der Nacht. Sie fliegt hoch, explodiert und leuchtet wie die Sterne. Aber dann fällt sie zurück auf die Erde und wird zerstörerisch. Zwei Wochen später reite ich noch einmal nach Sessenheim. Sie weint. Wir sehen uns nie wieder. Ich weiß es. Doch Friederike, ich habe heute Nacht dem Traum gesehen, wie ich mit einer eleganten grauen Jagge auf dem Weg zu ihrem Haus bin. Ich komme wieder, da bin ich ganz sicher. Ich sitze schon auf meinem Pferd und gebe ihr noch einmal die Hand. Dann reite ich fort. Ich weine auch. Kapitel 4 Frankfurt und Wetzlar wieder zu Hause. Ich arbeite ein bisschen als Advokat. Ich schreibe an Friederike. Du hattest recht, Geliebte. Es kann nicht weiter gehen. Sie antwortet mit einem traurigen Brief. Sie schreibt mir auch Ihr Freund Lenz kommt jetzt jeden Tag. Lenz? Das ist ein kleiner, seltsamer junger Mann. Mit ihm habe ich viel über Dichtung gesprochen. Aber ein Freund? Kurze Zeit später schreibt er mir selbst. Denn immer, immer, immer doch sieht sie sein Bild an Wänden noch. Von einem Menschen, welcher kam und ihr als Kind das Herze nahm. Er selber hat es bald verlassen. Ja, ich weiß es ja, ich habe Unrecht getan. Friederike ist ein armes Mädchen und ich bin ein schlechter Mensch. Aber was soll ich denn machen? Nach Sessenheim fahren und Friederike heiraten? Und wo sollen wir leben? In der Stadt? Friederike nie. Auf dem Lande? Ich nie. Es geht einfach nicht. Und damit muss jetzt Schluss sein. Ich habe Freunde gefunden. Wir reiten. Das macht mehr Spaß. Manchmal fechten wir auch. Den Rest meiner Tage sitze ich zu Hause und schreibe. Ich habe die Idee zu einem historischen Drama. Götz von Berlichingen. Das wird anders als die traditionellen Stücke. Ich will die klassischen Regeln nicht respektieren. Die Arbeit als Advokat sehr viel gibt es nicht zu tun. Ich denke du gehst besser nach Wetzlar sagt da eines Abends mein Vater. Nach Wetzlar das ist hinterste Provinz. Wenn du ein guter Advokat werden willst brauchst du Praxis. Ich habe da einen Freund. Ein paar Wochen später komme ich dort an. Wirklich eine schreckliche Kleinstadt. Ich bin Praktikant am Reichskammergericht. Da fühlen sich alle sehr wichtig. Theoretisch sind sie das auch. Denn es gibt nicht nur ein Rechtssystem in Deutschland. Es gibt ein Recht im Süden und eins oder auch zwei im Norden. Eins für Katholiken und eins für Protestanten. Und wie geht das alles zusammen? Gar nicht. Dafür gibt es das Reichskammergericht. Viel zu tun? Ja, da liegen circa 20.000 Akten und wir müssen die bearbeiten. Aber wir sind nur wenige und wir bearbeiten nicht mehr als 300 im Jahr. Jedes Jahr liegen hier mehr unbearbeitete Akten. Sehr schön, nicht? Und diese Arbeit ist schrecklich langweilig. Dann fahre ich eines Abends zu einem Frühlingsfest. Ich habe ein Mädchen eingeladen. Sie sagt eine Freundin von mir will auch mitkommen. Können wir sie mitnehmen? Die ist sehr hübsch, aber sie ist verlobt, Herr Goethe. Die Freundin heißt Charlotte. Sie hat dunkle Haare und dunkle Augen und spricht und lacht viel. Ich finde sie nett. Später tanzen wir zusammen. Wie schön sie tanzt. Dann beginnt es zu regnen. Wir laufen ins Haus und stehen am Fenster. Regen fällt auf das grüne und warme Land. Klopstock sage ich leise. Charlotte nimmt meine Hand. Ja, wie bei Klopstock. Am nächsten Tag gehe ich sie besuchen. Sie steht in der Halle, ein großes Brot in der Hand, neun Kinder um sich. Jedem gibt sie ein Stück. Ein Bild der Harmonien des Glücks. Dann kommt sie zu mir. Guten Tag Herr Goethe. Meine Geschwister haben nachmittags Hunger. Sie lacht. Und seit Mama nicht mehr da ist. Ihre Mutter ist vor einem Jahr gestorben. Jetzt macht sie alles im Haus. Ich bin sprachlos. Ich habe ihnen ein Buch gebracht. Ach, das ist nett. Aber wissen sie, ich habe keine Zeit mehr zum Lesen. Wir wollen lieber spazieren gehen. Wir gehen in den Wald. Wir sprechen über unsere Familien, über Gott und die Welt und über unsere Zukunft. Sie erzählt mir von ihrem Verlobten. Der macht Karriere. Er ist ordentlich. Er hat klare Ideen. Klare Ideen. Ich kann das nicht hören. Das muss ein Dummkopf sein. Ein langweiliger Pedant. Und Sie, Herr Goethe, werden Advokat oder wollen Sie beim Gericht bleiben? fragt sie mich jetzt. Bei Gericht nie. Das ist wie sterben. Nein, schlimmer als sterben. Ihr Verlobter arbeitet bei Gericht. Ja, sagt sie aber. Da verstehe ich sie. Immer im Büro bei den Akten. Nie in der freien Natur. Ach. Wir kommen zurück zu ihr nach Hause. Ein junger Mann steht da. Ordentlich von Kopf bis Fuß. Johann, ruft sie. Das ist Johann Goethe, ein Praktikant am Gericht. Freut mich, sagt er. Am Abend gehe ich mit ihm essen. Er ist ganz nett und er denkt an seine und Charlottes Zukunft. Und ich? Ich denke an Liebe. Am nächsten Tag bin ich wieder bei ihr. Es ist so schön, mit ihr spazieren zu gehen. Wir sind eins mit der Natur. Ich darf auch ihre Hand halten. Aber sie hält immer Distanz. Küssen kann ich sie nicht. Und fast jeden Abend treffe ich ihren Verlobten. Er fragt mich nach der Arbeit. Er will mir helfen. Was soll ich tun? Lotte in den Händen dieses netten Pedanten. Es geht nicht so weiter. Eines Abends packe ich meine Sachen. Am nächsten Morgen gehe ich zum Gericht und sage Ich gehe. Das ist nichts für mich hier. Und dann bin ich weg. Ich will nicht sofort nach Hause. Ich besuche Sophie von La Roche, die Schriftstellerin in Koblenz. Mit dieser intelligenten, nicht mehr jungen, aber immer noch sehr schönen Frau spreche ich über Literatur und über meine Zukunft. Sie hat auch eine sehr schöne Tochter Maximiliane. Wie sie da am Klavier sitzt und voll Gefühl spielt. Wie sie tanzt und über alles lacht. Ich gehe gern mit ihr spazieren. Sie haben einen großen Garten. Ihre Mutter sieht das. Eines Abends spricht sie mich an. Herr Goethe, Sie sind ein attraktiver und intelligenter junger Mann. Aber sie sind nichts und haben nur das, was ihr Vater ihnen gibt. Also, was wollen Sie Was? Ich habe verstanden, Frau von La Roche, antworte ich kurz. Am nächsten Tag fahre ich nach Hause. Mein Vater ist nicht begeistert. Was wird jetzt mit meiner Karriere? Was soll ich sagen? Die meiste Zeit sitze ich in meinem Zimmer und schreibe. Dann lese ich meiner Schwester mein Drama vor, Götz von Berlichingen. Sie findet das Stück sehr schön. Aber ein bisschen durcheinander. Ich schreibe es um. Jetzt gebe ich es einem älteren Freund, einem Literaturkenner. Nicht schlecht, sagt er. Kann ich es an einen Verlag schicken? Was meinen Sie? Frage ich. Einen Verlag? Dafür ist es zu originell. Das machen wir selbst. Ich kaufe das Papier und wir lassen das Werk drucken. Mein erstes Buch. Meinem Vater gefällt es nicht. Aber es findet Käufer. Viele Käufer. Wir können nicht schnell genug neue Exemplare drucken. Dann kommt Maximiliane nach Frankfurt. Sie heiratet einen reichen Mann. Er ist 21 Jahre älter als sie. Das war es, was die Mutter wollte. Eine gute Partie. Zur Hochzeit bin ich eingeladen. Da steht er vor mir, der Richtige für Maximiliane. Sie haben ein Drama geschrieben, habe ich gehört? Sehr schön. Frauen lieben so etwas. Aber was wollen sie jetzt machen? Ich bin Dichter. So sicher bin ich mir dann nicht. Aber der Mann geht mir auf die Nerven. Er lacht. Nein, und wovon wollen sie leben? Ein Mann braucht eine richtige Arbeit. Da kann er sein Geld verdienen. Ein schönes Haus, gutes Essen, eine hübsche junge Frau. Was will man mehr? Was man will? Frage ich laut. Liebe, Träume, Poesie. Ich möchte ihn schlagen. Aber ich gehe lieber schnell weg. Ein Tier ist das. Und so einen Mann heiratet meine kleine schöne Maximiliane. Sie liegt nachts in seinen Armen. Ich höre ihn noch. Gutes Essen, eine hübsche junge Frau. Zu Hause liegt ein Brief für mich. Von einem Freund aus Wetzlar. Unser Freund Karl Jerusalem ist tot. Weißt du noch? Er liebte diese verheiratete Frau. Sie wollte bei ihrem Mann bleiben. Jerusalem hat sich erschossen. Jerusalem. Ich sehe ihn noch vor mir. In seiner blauen Jacke und der gelben Weste. Der hat nie viel gesprochen. Alle wussten, er hat da diese Liebesgeschichte, über die er nicht sprechen kann. erschossen. Seine Geliebte wollte nicht die Liebe leben, sondern bei ihrem Mann bleiben. Ein schönes Haus, gutes Essen und Jerusalem wollte nicht mehr. Seine Karriere am Gericht und alles, das war ihm egal. Er wollte die Liebe leben und das ging nicht. Sie lassen uns nicht leben, wie wir wollen. Das Geld, die Position, die Familie, alles ist in dieser Welt wichtiger als das, was wir wollen. Wir? Ja, wir sind viele, viele junge Männer, die dasselbe wollen und in einer toten Welt leben müssen. Vier Wochen lang bleibe ich in meinem Zimmer. Ich schreibe die Leiden des jungen Werther. Es wird ein großer, ein sehr großer Erfolg. In ganz Deutschland zitiert man ihn. In ganz Deutschland gehen junge Männer mit blauen Jacken und gelben Westen spazieren. Ich bin jetzt bekannt. Leser kommen mich besuchen. Junge Männer, die wie ich denken und fühlen. Wir reiten dann aus der Stadt hinaus, deklamieren Verse im Wald. Im Sommer gehen wir schwimmen, ganz nackt. Das gibt Ärger, aber das interessiert uns nicht. Ich bin jetzt wer, ein Dichter. Und doch. Ich lerne Lilly kennen. Es ist bei einem Klavierabend im Haus ihrer Familie. Der Vater ist Bankier. Die Mutter kommt aus seiner adligen Familie. Aber wir verstehen uns sofort. Mit ihr kann ich über alles sprechen. Sie liest viel, sie spielt Klavier und sie ist schön. Wir spielen immer ein bisschen Theater zusammen. Ich bin das Ungeheuer und sie die Prinzessin. Oder ich bin der Prinz und sie das arme Mädchen. Nicht lange und ich denke, das ist die Richtige. Wir verloben uns. Natürlich bin ich keine besonders gute Partie, ein halb arbeitsloser Advokat, ein wilder Dichter. Und auch sie ist für meine Eltern nicht die Richtige. So eine reiche junge Dame, sagt meine Mutter. Die kann doch nicht in unserem Haus wohnen. So geht es ein halbes Jahr. Ihre Eltern und meine Eltern gegen uns, das geht nicht. Das hat keinen Sinn. Ich will weg. Mein Vater sagt, ich soll ein Jahr nach Italien fahren. Da kommt eine Einladung Karl August des Herzogs von Sachsen Weimar. Kapitel 5 Weimar Mein Vater war wieder einmal nicht begeistert. Das sind Adelige. Die machen nur ihren Spaß mit dir. Du bist und bleibst ein Bürger, hat er gesagt. Und dann, was machst du in Weimar, in so einer Provinzstadt, Und da hat er recht. Eine Großstadt ist das nicht. 700 Häuser, vier Stadttore, zwei Geschäfte am Markt, eins am Kirchplatz, sagt Karl August und lacht. Aber das Schloss ist schön und es gibt eine wunderbare Bibliothek. Die Mutter des Herzogs liebt Literatur. Mit ihr spreche ich über die Klassiker, auch über Klopstock. Sie ist wirklich eine interessante Frau. Aber sie ist alt. Und sonst was soll ich hier? Nach den ersten Tagen erklärt der Herzog es mir. Sehen Sie, Goethe, jetzt kommt der Winter. Wir geben viele Feste. Und da wollen wir sie bei uns haben. Und vielleicht haben sie ja Lust, uns ein wenig zu helfen. Kurze Singspiele, kleine Theaterstücke, so etwas, das brauchen wir. Nun, haben Sie Lust? Natürlich. Ein paar Ideen habe ich immer. Und hier lebe ich im Luxus und brauche nicht als Advokat zu arbeiten. Ich schreibe die ersten Spiele. Die Leute am Hof sind begeistert. Jeden Morgen bin ich in der Bibliothek. Nachmittags treffe ich Wieland. Er ist hier Hauslehrer. Wir sprechen über Literatur und über das, was schön ist. Abends bin ich oft zum Abendessen beim Herzog. Eines Abends sitzt dort eine sehr schöne Dame. Wie eine Königin sitzt sie da. Aber sie lacht und spricht viel mit ihren Nachbarn. Ich glaube, sie sieht mich gar nicht. Doch nach dem Essen kommt sie zu mir. Ich habe ihren Wärter gelesen, sagt sie. Wirklich bezaubernd. Wie habe ich geweint. Der arme Wärter und all diese langweiligen Menschen. Aber diese Lotte sagen sie, die ist ein bisschen ... Verzeihen sie, aber die ist ein bisschen was man eine dumme Kuh nennt, oder? Ich muss lachen. Nun, ein einfaches Mädchen. Ach, Bücher. Zitiert sie jetzt. Früher habe ich ja ein paar Romane gelesen. Am liebsten über das Land leben. Ach. Wieder muss ich lachen. Dieser Naturkult ist ja gut und schön, Herr Goethe. Aber er wird schnell langweilig. Finden Sie Oh, da kommt mein Mann. Ein älterer, sehr eleganter Herr steht vor mir. Von Stein. Angenehm. Goethe. Ach, der Dichter. Er lächelt. Sehr schön, Sie hier zu haben. Verzeihen Sie, ich muss zum Herzog. Er ist kalt wie Eis. Ja, entschuldigen Sie. Da ist mein Mann. Man ist ja nicht immer frei im Leben. Ich dachte doch. Ja, das ist klar. Sie lacht wieder. Also vielleicht kommen Sie mich einmal besuchen? Morgen Nachmittag? Natürlich komme ich. Wir sprechen über französische Literatur. Die kennt Sie besser als die Deutsche. Aber sehen Sie nicht das viele Neue in Deutschland? Das Drama, die Lyrik? Das ist doch immer alles sehr lang und ohne Form, findet sie. Das war einmal Madame. Heute sind alle kürzer und rigoroser geworden. Auch Wieland und Klopstock schreiben jetzt anders. Und die deutsche Sprache ist ein bisschen rustikal, finden Sie nicht? Nein, das finde ich nicht. Das war sie noch vor 20 Jahren. Aber durch die Arbeit vieler Männer ist es besser geworden. Charlotte von Stein hat nie viel Zeit für mich. Als Hofdame muss sie immer viele Leute treffen. Manchmal gehen wir im Park spazieren. Ich lerne viel von ihr. Vor allem über den Hof und was man hier wie machen soll. Langsam verstehen wir uns besser. Auch manche Gedichte von mir hört sie gern. Abends darf ich ihr dann vor Besuchern vorlesen. Einmal sitze ich auf dem Sofa neben ihr und wir lesen zusammen ein Buch. Ihr Kopf neben meinem. Ich sehe sie an. Sie sieht mich an. Nein Goethe tun sie das nicht sagt sie leise. Aber ich liebe sie Frau von Stein. Ich weiß antwortet sie. Jetzt sieht sie mir in die Augen. Ich liebe sie auch Goethe aber es geht nicht. Wir sehen uns morgen. Am Abend kommt ein kurzer Brief von ihr. Johann du bist mein Leben aber du musst mich verstehen. Verstehe ich sie? Nein aber was soll ich tun? Am nächsten Morgen wieder ein Brief. Bitte geh nicht fort bleibe bei mir aber küsse mich nicht wieder es geht nicht. Jetzt schreibt sie mir viele Briefe. Ist das langweilig aber ich muss noch mit der Prinzessin sprechen. Sehen wir uns heute Abend ich warte auf dich. Ich antworte mein Glück natürlich komme ich. Sie schreibt doch selbst Gedichte und Dramen. Soll ich dir nicht einen Verleger suchen? Das sind sehr schöne Sachen. Aber Johann in meiner Position kann ich doch keine Bücher schreiben. Nein das lieb von dir aber es geht nicht. Der Winter geht zu Ende. Ich soll noch einen großen Ball organisieren. Aber geben Sie bitte nicht zu viel Geld aus Goethe. Unsere Kassen sind leer. Wie? Leer? Ich sehe mich im Zimmer um. Ich denke an unser Mittagessen. Ja das passiert Goethe. Von einem Tag zum anderen ist kein Geld mehr da. Unser Finanzrat ist nicht mehr ganz jung. Aber im März kommt wieder Geld. Das finde ich nun doch seltsam. Das kann doch nicht so kompliziert sein, das besser zu organisieren. Wollen Sie das versuchen? Die Ballsaison ist zu Ende. Wollen Sie weiter für uns arbeiten, Goethe? Sie sind ja auch Jurist und ein Mann, der nicht aus Sachsen kommt, kann das alles sicher besser. Was das alles? Nun, die Verwaltung. Goethe, ich mache Sie zum Legationsrat. Morgen früh fangen Sie an und kontrollieren unsere Finanzen. Was sagen Sie? Ja, gerne oder nicht so gerne. Mein Vater freut sich sicher. Endlich ist sein Sohn ein richtiger Beamter. Und ich? Will ich nicht dichter werden? Nun, Leben kann man davon nicht. Und hier bleibe ich in der Nähe Charlottes. Ja, vielen Dank. Am nächsten Morgen sitze ich im Büro des Finanzrates. Er ist nicht sehr nett zu mir. Herr Goethe? Sagt er immer. Natürlich, er ist ein Herr von, ein Adliger und ich bin nur ein Bürger. Also, Sie wollen die Bücher sehen, Herr Goethe? Ich will nicht, ich soll, das sagt unser Herzog. Ach ja. Endlich lässt er mir die Bücher bringen. Den ganzen Morgen sitze ich in einer Kammer und gehe die Bücher durch. Die Sache ist ganz einfach. Der Herzog nimmt zu wenig Geld ein und gibt zu viel aus. Das, was sehr viel kostet, sind nicht die Feste. Und das ist auch nicht die Bibliothek, sondern das ist das Militär. Entschuldigen Sie, Herr Finanzrat, führen wir oft Krieg? Krieg? Wir? Nein, warum? Nur so. Nach dem Mittagessen gehe ich zum Herzog. Sie müssen das Militär halbieren. Dann kommen ihre Finanzen wieder in Ordnung. Mein Militär? Aber ein Staat braucht ein Militär. Vielleicht gibt es ja Krieg. Mit wem? Ich weiß nicht, kann doch passieren. Dann können Sie einfach Bauern rekrutieren. In Friedenszeiten brauchen Sie nicht so viele Soldaten. Hm. Zwei Tage später halbiert Karl August das Militär. Was noch? Nun, er muss etwas für die Straßen tun. Die sind zu schlecht. Er muss den Armen helfen. Die werden sonst zu Verbrechern. Und die Schulen. Und und Sachsen-Weimar hat nur 100.000 Einwohner. Aber es ist doch ein kleiner Staat. Und ich sitze jetzt im Staatsrat. Die anderen beiden sind Adlige. Sie sind sehr arrogant und sehr dumm. Sie haben auch nicht studiert. Der Herzog macht immer, was ich sage. Und er hat auch bald die Nase voll von diesem Herr Goethe. Er schreibt einen Brief an den Kaiser. Und in einer großen Zeremonie werde ich auch geadelt. Jetzt heiße ich Johann von Goethe. Mein Vater ist nicht begeistert. Ein Adliger in der Familie. Aber mir gefällt das gute Leben am Hofe. Ich habe jetzt auch ein schönes Haus, habe Diener und schöne Kleidung. Und fast jeden Abend sehe ich Charlotte. Wir lesen zusammen oder sie liest mir ein Gedicht vor. Ja, sie schreibt. Ich nicht. Keine Zeit. Zu viele Sorgen. Und was soll ich schreiben? Über wilde junge Männer und ihre junge wilde Liebe? Manchmal kommen alte Freunde zu Besuch, wie Lenz oder Klinger. Aber wir verstehen uns nicht mehr. Sie schreiben immer noch wie vor fünf oder vor zehn Jahren. Ich bin adlich, bin am Ende sogar Minister. Was soll ich sein? Sturm und Drangdichter? Aber mit den Jahren fühle ich mich als Minister von Goethe. Was? Mir ist langweilig und bei jeder kleinen Reform gibt es Komplikationen und alles dauert so lange und alles ist immer dasselbe. Nun traurig, mein Dichterminister? fragt mich Charlotte eines Abends. Du hast doch alles, was ein Mann wollen kann. Alles? Versteht sie mich auch nicht mehr? Ich kann dich nicht heiraten, sage ich. Ja, aber so wie es ist, ist es besser. Und ich bin kein Dichter mehr. Es gibt Wichtigeres als Gedichte. Da bin ich nicht so sicher. Ich stehe auf und gehe nach Hause. Am nächsten Morgen spreche ich mit dem Herzog. Ich muss weg. Ich kann nicht mehr. Büros und Räte und Akten Tag für Tag. Ja, Goethe, Sie sind als Dichter zu uns gekommen und jetzt sind Sie Minister. Das ist schwierig für Sie. Das kann ich verstehen. Aber was sollen wir ohne Sie machen, Goethe? Machen Sie ein paar Wochen Ferien in Karlsbad, dann geht es Ihnen wieder besser. Zwei Tage später reise ich nach Karlsbad. Kapitel 6 Italien In Karlsbad angekommen schreibe ich zwei Briefe. Einen an den Herzog, einen an Charlotte. Liebste, ich kann nicht in Weimar bleiben. Ich reise nach Italien. Das will ich schon lange, wie du weißt. Ich will mich selbst wieder finden. Bitte verzeih mir und versuche mich zu verstehen. Bei Nacht und Nebel fahre ich los. Nach Süden An München fahren wir vorbei. Wir halten nur in kleinen Städten. An Innsbruck vorbei. Jetzt geht es über den Brenner. Dann Bozen und Trient. Noch einmal über Berge. Dann endlich sehen wir den Gardasee vor uns in der Sonne liegen. Malcesine. Das Land, wo die Zitronen blühen. Ein etwas schmutziges kleines Städtchen. Und wir fahren erst morgen weiter nach Verona. Aber ich bin in Italien. Die Sonne scheint, die Menschen sprechen und lachen viel. Es gibt hier auch eine Burg. Besser gesagt, eine Ruine. Sehr malerisch. Ich will sie zeichnen. Das Tor ist kaputt. Ich setze mich in den Hof. Nicht lange und es kommen Menschen in den Hof und sehen mich an. Doch ich zeichne weiter. Es werden immer mehr. Da kommt ein Mann zu mir und fragt, was ich da mache. Ich erkläre ihm. Ich zeichne den alten Turm. Ich möchte etwas von Malchesine mitnehmen. Das ist verboten. Er nimmt meine Zeichnung und reißt sie in Stücke. Eine ältere Frau sagt, wir müssen den Bürgermeister rufen. Die Leute hier sehen nicht böse aus, aber sie haben so einen Mann wie mich noch nie gesehen. Da kommt der Bürgermeister mit seinem Sekretär. Guten Tag sage ich und lache. Warum zeichnen Sie will er wissen. Sehen Sie doch dieser alte Turm, diese Ruine im Abendlicht, das ist schön. Wenn es eine Ruine ist, was ist dann interessant an der Burg? Aber viele Reisende kommen wegen der Ruine nach Italien, das wissen Sie doch. Der Bürgermeister, ein großer, nicht sehr magerer Mann, weiß jetzt nicht weiter, aber sein Sekretär. Nein, nein, das hier ist keine antike Ruine, das ist eine venezianische Burg und Sie sind ein Spion des Kaisers. Dann sagt er zu den anderen, ein Spion ist das. Jetzt habe ich doch ein bisschen Angst, aber ich arbeite nicht für den Kaiser. Ich bin ein Freund der Republik Venedig. Ich komme selbst aus seiner Republik aus Frankfurt. Aus Frankfurt? Ein Mann kommt zu uns. Ich habe dort gelebt. Kennen Sie Familie Al-Lezina? Natürlich. Ihr Sohn hat eine Brentano geheiratet. Ah. Ruft der Mann und spricht jetzt zu den anderen. Der Mann ist kein Spion. Er kommt aus Frankfurt. Ach so? Du kennst ihn? Ja dann. Langsam gehen alle weg. Ich heiße Gregorio. Kommen Sie, mein Freund. Zusammen gehen wir durch die Stadt. Er erklärt mir alles und fragt mich nach allen Frankfurter Familien, ihren Kindern und Enkelkindern. Italien ist wie Deutschland, kein Nationalstaat. Es gibt viele kleine Staaten und da gibt es leicht auch Konflikte. Und für einen Fremden ist das manchmal ein Problem. Am nächsten Tag sind wir in Verona. Ich gehe sofort in die Arena. Das ist das erste große römische Gebäude, das ich in Italien sehe. Sehr groß diese Arena und leer. Mit Publikum muss das großartig gewesen sein. Aber heute schnell fahre ich weiter nach Venedig. in diese wunderbare Inselstadt, diese Biberrepublik. Ich bleibe drei Wochen. Jeden Tag ein historisches Gebäude, ein Museum. Es ist wie ein Traum. Aber auch hier will ich nicht bleiben. Über Bologna und Florenz fahre ich nach Rom, die Hauptstadt der Welt. Oh sprecht ihr Paläste, Straßen, rede dein Wort, Genius, schläfst du? Rom, hast du mir nichts zu sagen? Es ist zu viel. Ich brauche ein paar Tage zur Orientierung. Zum Glück habe ich hier deutsche Freunde. Rom ist voll von Deutschen. Ich wohne bei dem Maler Tischbein. Der sitzt jeden Tag in der Stadt und malt Menschen und Ruinen. Lassen Sie sich Zeit, Goethe. Bei ihm lerne ich auch Karl Moritz kennen. Er ist ein bisschen jünger als ich. Wir sind bald jeden Tag zusammen, wie Brüder. Kommen Sie, wir gehen zu Angelika, sagt Karl eines Morgens. Wer ist das? Angelika Kaufmann, Schweizer Malerin. Die kennen Sie nicht? Sie ist der Star hier. Sie müssen sie kennenlernen. Angelika ist nicht allein. An einer Staffelei steht neben ihr ein dicker Kardinal. Wunderbar, wunderschön, Frau Kaufmann. Gott wird Ihnen danken. Sie lacht. Ich denke, Sie danken mir, mit tausend Talern Eminenz. Oh, mein Kind, das Geld, immer nur Geld. Ich kann das Bild auch an Monsignor Ludovico verkaufen. Oh, Gott, nein! Er zieht einen Sack Geld aus dem Mantel. Sie nimmt den Sack. Danke, Eminenz. Der Kardinal nimmt das Bild und geht zur Tür. Diese Frauen von heute, sagt er leise zu mir, keine Religion mehr. Dann sind wir mit Angelika allein. Angelika, das ist Johann von Goethe. Ich der Werther. Johann, ich freue mich sehr. Kommen Sie, erzählen Sie. Darf ich nicht erst Ihre Bilder sehen? Ja, warum nicht? Sagen Sie mir, was gefällt Ihnen und warum? Ich kann erst nicht antworten. Sie arbeitet so viel und so gut. Wie kann das sein? Und doch steht sie neben mir, schön und elegant wie eine römische Dame. Wir gehen von Bild zu Bild. Sie erklärt mir die Technik. Dann sprechen wir über Rom. Palazzo Barberini, Palazzo Burgese, Rondannini und die Villa Farnesina haben Sie noch nicht gesehen? Johann, ich bringe Sie hin. Jeden Sonntag eine Galerie. Wunderbar. Aber als Lehrerin ist sie nicht die richtige. Zu viel zu tun. Aber da ist ja noch mein Freund Jakob Philipp Hackert. Oft gehen wir zusammen in die Stadt und zeichnen beide. Lerne ich das noch, so zu zeichnen wie er? Auch nach Monaten intensiver Übung werden meine Zeichnungen nicht wirklich gut. Aber beim Zeichnen beginne ich auch, die Natur zu studieren, vor allem die Botanik. Die Pflanzen hier sind so anders als bei uns in Deutschland. und doch abends schreibe ich. Nach zwei Monaten habe ich meine Iphigenie fertig. Die lag seit Jahren in Weimar auf meinem Schreibtisch. Ich lese das Stück Angelika vor. Johann, das ist großartig. Wir organisieren einen Leseabend. Und sie zeichnet Szenen aus meinem Drama. Hören Sie, Goethe, sagt Hackert nach einem Leseabend zu mir? Schreiben Sie, als Zeichner haben Sie keine große Zukunft. Ja, da hat er wohl recht. Also bin ich ein Dichter und kein Advokat und kein Minister. Ich bin glücklich in Rom, muss aber weiter, nach Neapel, den Vesuv sehen. Dort fühle ich mich wie neu geboren. All diese Menschen hier, sie tun nichts und haben wenig, und sie leben doch, sie lachen und singen. So kann man also auch leben. Dann Palermo, die Stadt Friedrichs des Zweiten. Diese Sonne, diese Menschen, die Kathedrale mit Friedrichs Grab, die Burg, das Meer. Doch die meiste Zeit verbringe ich im Botanischen Garten. Ich zeichne Pflanzen, so viele Formen, jede ist anders. Aber gibt es da nicht etwas, was alle haben? Die Pflanze? Die erste Pflanze? Es gibt so etwas, ich kann es sehen. In jeder Pflanze ist die Urpflanze zu erkennen. Aber wie soll ich das sagen? In einem botanischen Traktat? Nein, ich schreibe ein Gedicht über die Metamorphose der Pflanzen. Ein paar Tage reise ich noch durch Sizilien. Dann geht es wieder nach Rom. Meine Freunde warten auf mich. Diesmal bleibe ich von Juni bis April. Ich zeichne, ich schreibe, ich sehe mir Bilder an. Langsam werden meine Ideen klarer. Ich kaufe antike Skulpturen. Ich studiere sie lange. Einfach und klar die Linien, harmonisch das Ganze. Das ist es. Die Vollkommenheit muss man sehen können. Wie man in jeder Pflanze die eine Pflanze sehen kann. So muss ein Künstler arbeiten. Aber diesmal gibt es noch etwas. Ich lerne bei einem Fest eine sehr schöne junge Italienerin kennen. Ein dunkles Mädchen. Schwarz sind ihre Haare und ihre Augen. Ich nenne sie Faustina. Sie ist Witwe. Am nächsten Nachmittag schon darf ich sie besuchen. Ich bleibe über Nacht. Am letzten Abend treffe ich mich noch einmal mit Karl Moritz. Ich habe viel gelernt hier, erkläre ich ihm. Vielleicht verstehe ich jetzt besser, warum ich auf der Welt bin. Es gibt kein Warum, antwortet Moritz. Wir sind, das ist alles und das Schöne ist, warum, das können wir nicht sagen. Vielleicht wissen das die Götter. Auf der Rückreise bleibe ich noch ein paar Tage in Florenz. Dort treffe ich einen deutschen Musiker. Sie waren in Rom? Dann haben Sie den Chor im Vatikan gehört? Hab ich nicht. Ich habe ein paar Opern gesehen. Sonst nichts? Was will er von mir? Jeder muss wissen, was er bei einer Reise zu sehen hat und was seine Sache ist. Kapitel 7 Wieder in Weimar Charlotte, bist du noch böse auf mich? Also du kannst fragen. Erst schreibst du mir viel Liebesbriefe am Tag und dann bist du weg, über Nacht, in Italien. Was hast du dir? Dann umarmt sie mich. Du hast viel geschrieben? Sehr viel, Charlotte. Meine Iphigenie erscheint nächsten Monat. Und was wichtiger ist, ich weiß jetzt, wie es mit mir weiter geht. Ich will kein Minister mehr sein. Ich bin Dichter. Das ist mein Beruf. Ach ja? Und diese botanischen Studien? Gut, Dichter und ein wenig auch Naturforscher. Aber das ist alles. Am nächsten Tag spreche ich mit dem Herzog. Der hat natürlich doch wieder eine Arbeit für mich. Theaterdirektor. Aber das geht ja noch. Dann habe ich doch Probleme damit. Ich möchte gern auch moderne deutsche Stücke spielen lassen. Aber nichts gefällt mir. Die Räuber von Schiller sind zurzeit Mode. Aber das ist ja immer noch Sturm und Drang. Keine Harmonie, keine Größe, nur viel Aktion und viele Tote. Noch schlimmer sind die Stücke von Lenz und Klinger, nichts als Krach und Skandal. Jetzt verstehe ich meine alten Freunde gar nicht mehr. Und sie mich nicht. Meine Iphigenie wird ein Flop. Ich bin ein anderer geworden in diesen zwei Jahren in Italien. Aber Deutschland und die deutsche Literatur sind dieselben geblieben. Ich führe ein ruhiges Leben als Theaterdirektor, schreibe viel und habe auch ein neues Projekt. Ich will die Farben studieren. Was Newton sagt, ist nicht richtig. Wenn man viele Farben addiert, bekommt man kein Weiß, sondern Grau. Das weiß jeder Maler. Und das Prisma zeigt uns keine Farben aus weißem Licht, sondern aus dem Kontrast von Licht und Dunkelheit. Ich mache viele Experimente und am Ende schreibe ich ein Buch. Die Farbenlehre ist vielleicht das Wichtigste, was ich in meinem Leben geschrieben habe. Alle zwei oder drei Tage bin ich bei Charlotte. Es ist wie immer. Wir lieben uns. Oder nicht? Gibt es eine rein geistige Liebe zwischen Mann und Frau? Eines Nachmittags ich sitze in meinem Gartenhaus und schreibe kommt eine junge Frau herein. Schön rund, braune Haare, schwarze Augen. Einen Augenblick denke ich, ich bin wieder in Italien. Verzeihen Sie, Herr von Goethe, ich bin Christiane Vulpius. Vulpius? Das ist Latein. Du kommst aus einer Akademiker Familie? Ja, nein. Mein Großvater ja und mein Onkel auch, aber mein Vater, der hat nicht zu Ende studiert und dann erst arbeitslos. Ich arbeite in der Manufaktur nicht als Arbeiterin, aber ich arbeite. Ja, es ist für meinen Bruder, der soll studieren und wir haben doch kein Geld. Herr von Goethe, können Sie etwas für ihn tun? Sie gibt mir Papiere, da steht alles über ihren Bruder. Gute Noten, sehr gute Noten. Ja, ich spreche mit dem Herzog über ihn. Da können wir sicher etwas tun. Am nächsten Tag kommt sie wieder. Wirklich sehr hübsch, diese junge Frau aus der verarmten Akademiker Familie. Da möchte man doch fast. Habe schon mit dem Herzog gesprochen. Ja, der Herzog bezahlt ihrem Bruder alles. Oh, wie soll ich? Ach, nichts zu danken. Ich sehe sie an. Sie bleibt stehen und sagt nichts. Nun, auf Wiedersehen, möchte ich sagen. Aber sie fragt. Verzeihung, Herr von Goethe, aber ich habe gesehen, Sie haben da diesen wunderschönen Garten. Darf ich da ein bisschen spazieren gehen? Spazieren? Im Garten? Ja, warum nicht? Natürlich, da komme ich mit. Eine halbe Stunde später sitzen wir auf einer Bank und küssen uns. Wie sie antwortet, wie sie mich in den Armen hält, das ist wunderschön. Ich sehe ihr in die Augen. Du gefällst mir, sage ich zu ihr. Du mir auch. Spät abends bringe ich sie nach Hause. Sie müssen wirklich sehr arm sein. Das geht ein paar Tage so. Ich gehe nur selten noch aus dem Haus. Sag mal, frage ich sie dann, willst du nicht bei mir wohnen? Ich ich habe dich so lieb und es ist so schön mit dir. Heiraten kann ich dich im Moment nicht, verstehst du? Hier? Bei dir? Ja, ja, ja. Heiraten kannst du mich nicht. Das weiß ich doch. Ja, sie bleibt bei mir. In Weimar wissen das schon am nächsten Tag alle. Charlotte reagiert nicht gut. Gestern hast du gesagt, du liebst mich und heute dieses Mädchen und das vor den Augen der ganzen Stadt. Charlotte, es gibt nicht nur eine Liebe. Ach, du liebst sie also, diese. Das ist zu viel. Geh, ich will dich nicht mehr sehen. Weint sie? Nein, Charlotte von Stein weint nie. Auch der Herzog will mit mir sprechen. Er lacht. Mein lieber Goethe, ja, ja, die Liebe. Sie ist sehr hübsch, habe ich gehört. Dann spricht er leiser weiter. Aber, mein lieber, ein Mädchen aus dem Volk? Und ich habe sie zum Adeligen gemacht? In ihrem schönen großen Haus mitten in der Stadt? Goethe, wollen Sie einen Skandal? Also hören Sie, die Kleine. Die Kleine? Sie ist meine Frau. Sie wollen sie doch nicht heiraten, Goethe. Das geht nicht. Also sie kann bei Ihnen leben, aber im Gartenhaus, nicht in der Stadt. In Ordnung? Wie Sie wünschen. Gut, Goethe. Also dann bis morgen. Ich warte auf Ihr Theaterprogramm für den Winter. Wir ziehen zusammen ins Gartenhaus. Ich schreibe viel. Manchmal gehe ich zum Herzog oder ins Theater. Und zu Hause wartet Christiane auf mich. Jetzt bin ich in Weimar zu Hause. Nach einem Jahr kommt mein Sohn zur Welt. August von Goethe. Aber als Dichter bin ich immer noch isoliert. Kritiker und Kollegen verstehen nicht, was ich will. Ich schreibe weiter, aber manchmal frage ich mich, ob das richtig ist, was ich mache. Christiane bekommt noch mehr Kinder. Aber alle kommen tot auf die Welt. Ich sehe meinen Sohn groß werden. Wir gehen im Garten spazieren. Ich lerne von ihm. Wird er auch ein Dichter oder ein Advokat? Jetzt bin ich auch Direktor der Universität Jena. Ich versuche, die Lehre dort zu verbessern. Schiller machen wir zum Professor für Geschichte. Charlotte spricht seit Jahren nicht mehr mit mir. eline Kahn braucht seit Jahren nicht mehr mit mir. Wie�ah die Weltkrieg ist. Wir schauen zurück, Leute, wir setzen jetzt nicht mehr an. Was macht sich, was ich bin Everäsident. Ich bin Echt. Versuchs. igger셨어요. Tür. psy Woah ich schuldige. Ich bin sehr antenna und twin. en comercialen will uns Good. Vielen Dank.